was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft adventskalender ja ist der erste tag tatsächlich der gasten september ist heute und ja was sagen bin doch schon ganz gespannt was dahinter ist ja es ist wie gesagt total zufällig was da kommt also dass ich habe mir dann nicht unbedingt in kopf gemacht was da jetzt ist also ich habe einfach nur mit dem zufalls generator also ich habe ein projekt was da ist eine nummer verpasst und dann mach mal und so und ja so ist das dann entstanden und ich würde sagen wir öffnen die 321 jump league auf komme so da wären wir in jump league und ja sagen wir legen einfach mal los die runde beginnt in 38 sekunden ja genau so ist es halt kann ja mal ein bisschen zu warm jumpen lobby jump blabla kann man das als lobby nennen ich glaube als minigames lobby jetzt war das warteraum 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 jump und run genau so ist das ding der lobby ist aber ein bisschen anders und so 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 und nicht so weil er anfängt das jump one jump league beginnt jetzt ok gut mal sehen wie wir heute drauf sind diese map schon mal gespielt keine ahnung goldschwert haben wir schon mal sehr schön wir haben etwas zum fighten ok weiter geht's so 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 und so ohne enchantment table oh ha das ist ja was jetzt fehlt uns nur die xp und die kriegen wir wahrscheinlich nicht so wie ich mich keine xp kriegt man kein enchantment table wenn man ein enchantment table kriegt man keine xp also was bringt einem das am ende gar nichts so ok ich bin gerade noch sehr weit wenn aber es hört auf sobald erstmal losgelegt haben mit failen noch ein enchantment table es geht jetzt ab tf nein scheiße so komm mal los zack und zack ernsthaft siehst du jetzt geht es fällen los jetzt geht sofort das fällen los und so 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 und so und so und so und so kann ich springen ja so sehr schön so macht man das jetzt wir müssen jetzt mal ganz kurz ein bisschen gucken hier wie wir das machen wie funktioniert denn dieses jump and run überhaupt oh hier ist die kiste ich krieg grad irgendwie nur müll kann das sein sieht so aus wir gehen das jetzt hier weiter das funktioniert glaube ich so irgendwie und dann so und so und so und so und so und so genau perfekt zack 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 ja steinschwert glück gehabt wir haben ein steinschwert ist ja schon mal was na na los komm mach ok danke äh was wieso bist du jetzt grad nicht erschwungen ey man hallo ist schon modul 5 was ok zack oh wir sind echt schon modul 5 oh hallo komm an los das schaffen wir nicht seh ich gerade los also wir sind schon sehr weit ich bin schon zufrieden mit dem was wir haben eigentlich sogar sehr zufrieden aber wenn ich jetzt nicht feilen würde wir sind so kurz als ob schon einer das ziel erreicht hat was ist das denn jetzt bin ich doch nicht mehr zufrieden mit dem was wir haben hier ja gg nicht schön hm ziel erreicht ist immer kacke ja ein kill nice noch ein kill nice noch ein kill oh was geht denn jetzt ab hier noch ein kill what the fuck was geht denn hier ab alter ich habe glaube ich gerade 4 kills oder so gemacht was zum teufel das kommt auch nicht oft wo oh scheiße na den kriege ich nicht das ist der mit OP na komm Eisen ich glaube der war fk kann das sein oh 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 alter der kommt ganz schön gut oh aber oh man Mist ey oh man oh wieso muss so ein scheiß Arschloch kommen ey Mann okay okay also aber ich habe ganz schön gekillt ich habe wie viel kills eins warte 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 eins zwei drei vier fünf fünf kills oder so kann das sein äh oh man der sack hat mir auch noch mein kill geklaut ey ich glaube es ja wohl als ob die jetzt alle drei drei herzen haben passiert da jetzt auch noch was oder team die auch noch was ist das denn äh team die jetzt oder wie die keine ahnung ich gehe einfach mal in die nächste runde aber es kann äh hier haben wir noch eine halt das ich habe ja ganz schön gehört ob wir räumt hier fünf kills oder so das ist nicht so standard für mich ich bin das schon mal eigentlich in der Regel froh wenn ich einen kill habe aber fünf das ist schon ich bin schon zufrieden mit mir aber ich glaube das hat gerade mein Equipvorteil auch ein bisschen witzig gebracht der Steinschwert ist schon okay aber da denkt man sieht man auch schon wieder so da ist ein Eisenschwert mit full iron und diashur gegen sowas kommst du nicht an das ist unmöglich sieht man schon gleich also der Equipvorteil und Nachteil macht auch einiges das ist nicht unbedingt immer der Skill der in Jumping eine Rolle spielt also wenn ich dann mit einer Holzachs rein gehe und kaum eine ganz normale Rüstung weil irgendwie ich nur scheiße gekriegt habe kommt ja vor dann schaffst du ganz automatisch und nicht mehr so als wenn du den Mega Equipv hast und ich habe die Kiste einfach mal ausgelassen alter wo ist die Kiste da ist eine Kiste gleich mal ein Goldschwert sehr schön halt das kann mir schon keiner mehr nehmen oh ich glaube ich sollte mal ein bisschen aufpassen bei dem Sprung da na komm los aber da war gerade ein ganz schöner Washer alter alter what the fuck was ist denn hier mit diesem Jump da los das ist mir schon fast peinlich schon wieder alter was ist das denn mit Block WTF äh hallo hallo danke hallo noch anwesend bist du noch da Minecraft Steve whatever danke was war das denn jetzt WTF so wie geht es jetzt hier vonstatten hier so geht das so kann ich springen hier ist eine Kiste gut dass ich hochgeguckt habe so erstmal dissen hier und dann oh da kommt die Scheiße wieder so 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 nochmal was aber das war jetzt nicht so lol der Scheiß ich mach einfach so hier hoch hoch zack 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 oh schon wieder einer bei sonst wie vielen Prozenten hier what the fuck okay okay und so und so oh scheiße so so ach das war das hm da musst du aufpassen weil da ist halt nochmal ein unsichtbarer Block drauf das verwirrt ganz schön das ist halt nicht so wie es aussieht das ist halt nicht so wie es aussieht so meine Goldbrustplatte das ist schön ok ok modul 5 ok kette ach jetzt krieg ich wieder xp aber keinen enchantment table alles klar mhm mehr mehr oh nein scheiße das war jetzt doof das war jetzt dumm gerade wegen der langleiter hier so das ist aber eigentlich immer noch einer bei einem Prozent springt vielleicht gerade zum ersten Mal in seinem Leben so oh das ist schon etwas fordernd hier mhm ich sehe schon aber wir haben auch modul 5 fertig sehr schön modul 6 haben wir jetzt ist auch da schon fertig ankettenhelm oh ja gut dass das nicht klappt das hätte ich auch gleich sagen können Alter wir haben noch 4 Minuten 16 auf was muss da jetzt mal kommen was ein bisschen mehr fordert jetzt außer so ne dumpfails jetzt hier ein Schwert bräuchte ich vielleicht mal hallo hallo was ist jetzt los please ey komm an wieso bin ich jetzt wieso verkacke ich jetzt gerade so ne einfachen Sachen was ist das denn jetzt hallo hallo oh was ist das jetzt gerade hä was ist das denn danke was ist das denn jetzt zum Sprung oh so komm an 3 Minuten 28 dann ist ein Check oooohh was ist das denn für ein Sprung ey Hilfe äh ah so geht das okay nice modul 7 haben wir jetzt schon alter das ist ja krass wir müssen zu irgendeiner Kiste kommen war ich jemals schon mal auf modul 7 weiß ich nicht oh das ist so ein böser Sprung hier weil es schon wieder so Leiter von der Seite wo du abrutscht einfach oh nein da oben ist die Kiste na komm boah ich mein ich mag so ne Sprünge nicht wo man dann so ab die Leiter ist und man rutscht ab einfach oh 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 der ist beim letzten Sprung da schon scheiße ich hab kein Schwert also kein richtiges kein gutes das Goldschwert das ist ja wirklich ja nö wieso ist das jetzt bei 99% WTF wird der jetzt eine Chance geben oder wie was ist denn das ach so jetzt ach jetzt wenn ich es schaffe oder wie scheiße ok müssen wir mal gucken aber nicht blinkt hier lang oh oh alter die sind ganz schön hart equipped hier also Eisen da komm ich nicht gegen an oh ich hab nen Kill ich bin trotzdem noch gestorben Mist ach er hat mich ich wurde von die ja entchartet ich geh weg schon mal das vergiss ich gleich mal hm gut also hier unten ist schon mal keiner wo ist der den haben wir jetzt nicht gekriegt äh der ist ab hier auch in der Sack wo ist der accept my skill mein Kill mein Kill nicht mein Kill scheiße ja gut ja gut der Typ der Diatyp hat mich jetzt wieder ja wow come on please ey was ist das denn der hat mir jetzt auch noch meinen Kill geklaut hm na gut ich also gegen so ne Leute kanns nichts machen naja ich würde mal sagen ich beende jetzt einfach hier die Folge wir sind bei 15 Minuten das ist ne gute Länge ich würde mal sagen bis morgen zu der nächsten Adventskalender Folge bis zum nächsten Mal Tschüssi ich bin es geht ich bin auf